Heute zeige ich euch fünf richtig coole Atom-Plugins. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Atom. Atom ist, wie viele von euch wissen, mein Editor, mit dem ich alle Videos mache, mit dem ich selbst rumprogrammiere. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er ist gratis. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, falls ihr ihn ausprobieren möchtet. Ansonsten, wenn ihr mehr Packages machen möchtet oder ausprobieren möchtet, die ich heute nicht vorgestellt habe, ich habe schon einmal Packages vorgestellt. Das Video dazu ist in der Videobeschreibung. Diese nutze ich auch alle heute noch. Allerdings sind mittlerweile ein paar hinzugekommen, die sehr praktisch sind und die werden wir uns heute ansehen. Wenn ihr selbst Packages habt, die vielleicht nicht erwähnen oder sowas, schreibt die einfach unten unter das Video in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Probleme mit Atom oder mit sonst etwas, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Dort einfach mal vorbeischauen, eure Fragen stellen, der Community joinen und naja, wir legen jetzt mal direkt los. Auf geht's! So und los geht's mit dem ersten Plugin. Das erste Plugin, was wir uns heute ansehen, heißt Litter. oder Linter oder wie auch immer man das ausspricht. Es geht um dieses Plugin hier. Es hat, wie ihr seht, 4,5 Millionen Downloads, also eines der beliebtesten Plugins auf Atom. Und ich kann das jedem empfehlen zu installieren. Allerdings, wenn ihr nur dieses Plugin installiert, werdet ihr sofort gefragt, ob ihr dieses Plugin installieren wollt. Sagt ebenfalls Ja, weil dann bekommt ihr eine Konsole, die ich euch gleich noch zeige. Und wie ihr seht, gibt es hier noch JSint, SAS-Lit und hier oben habe ich noch CSS-Lit. Das heißt, das Plugin als solches kann relativ wenig, sondern es benötigt praktisch die einzelnen Programmiersprachen noch oder Styling-Sprachen mehr oder weniger, um zu erkennen, also Fehler zu erkennen. Und das Tool macht im Prinzip nichts anderes, als für euch Fehler zu erkennen in verschiedenen Programmiersprachen. Beispielsweise, wenn ich hier in der Function JS bin und sage Hallo oder Variable 1, nee, Hallo gleich 1 und ich jetzt hier unten bin, wird hier schon eine Warnung angezeigt, dass mir in Zeile 14 bzw. in 1, 4, also hier oben, ein Semikolon fehlt. Wenn ich das mache, erkennt er es sofort und es verschwindet. Gleichzeitig kann ich jetzt beispielsweise auch irgendwas Errormäßiges schreiben, zum Beispiel, keine Ahnung, das würde jetzt wahrscheinlich nichts ergeben. Und er sagt hier, ein Semikolon fehlt, irgendeine Klammer ist nicht geschlossen. Also er zeigt einem schon eine ganze Menge an, wenn man irgendwelche Fehler baut. Und es wird auch hier vorne direkt mit so einem kleinen roten Punkt markiert. Warnungen sind halt orange, was heißt, wenn ihr beispielsweise mit ER6 arbeitet, wird ihr bei euch relativ häufig, wenn ihr eine sogenannte LED-Variable benutzt, zum Beispiel, wird er das Ganze als orange markieren, einfach, weil er hier sagt, ist nur Available in ER6 und andere JavaScript-Versionen erkennen das nicht, das sagt er einem einfach nur. Das ist eine Warnung, kein Error und das ist sehr praktisch. Das Ganze funktioniert auch in CSS, also ich kann hier auch schreiben, zum Beispiel irgendwas reintippen und dann zeigt er mir das Ganze im Prinzip einfach als Fehler an, beziehungsweise in diesem Fall nur als Warnung. Wenn ich jetzt hier noch irgendwelche Zeichen reinmache, müsste er es, glaube ich, als Fehler anzeigen. Ja, und zwar zeigt er mir hier irgendwas komisches an, stimmt nicht. Also wenn ihr zum Beispiel euch vertippt bei einem Attribut oder so, zeigt er das direkt an und schlägt auch direkt einen Lösungsvorschlag vor, was wirklich sehr praktisch ist. Deswegen kann ich jedem empfehlen, installiert dieses Plugin, sucht euch die Sprachen raus. Es gibt so gut wie jede mittlerweile, glaube ich. Wenn ihr hier reingeht, müsste so gut wie alles unterstützt sein, was es eigentlich so gibt. Und ihr könnt euch das passende Tool dazu einfach runterladen und ihr habt sofort eine Fehlerkennung in Attribut. So, das nächste ist ein Plugin, was vor allem sehr bekannt ist. Es heißt Emmet, das ist dieses Plugin hier, hat 1,7 Millionen Downloads. Und es ist nicht nur in Attribut verfügbar, sondern in, ich glaube mittlerweile, fast jedem. Es ist ein eigenes Tool mehr oder weniger, was einem ermöglicht, eine ganze Menge Code automatisiert schreiben zu können. Was heißt beispielsweise, ich bin an einer HTML-Datei. Ich kann hier einfach nur HTML eingeben und Enter drücken und er generiert mir mehr oder weniger komplett so eine Basis-HTML-Datei. Das gleiche gilt zum Beispiel, ich schreibe mit div, also ich schreibe einfach nur div-Container, sage Punkt, Hallo, drücke Enter, Ups, nicht Enter, Tab. Und er macht mir daraus im Prinzip einen div-Container mit der Klasse Hallo. Oder ich kann auch sagen div.Hallo.Max, sage Enter. Und er generiert mir einen div-Container mit zwei Klassen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Kind-Elementen. Das Ganze funktioniert mit IDs. Ich kann praktisch alles, was ich so habe, im Prinzip direkt erstellen, ohne dass ich groß rumprobieren muss. Also ich kann damit wirklich relativ komplexe Sachen direkt mit einem Klick erstellen. Sowas wie zum Beispiel ein SRC, also ich sage mal ein Link-Element. Ich will eine CSS verlinken. Dann generiert er mir direkt komplett das ganze Element. Das gleiche gilt natürlich auch für Links beispielsweise. Also die Chancen sind relativ endlos, was man hier machen kann. Und das Ganze braucht nicht sonderlich viele Einstellungen, ist allerdings extrem mächtig. Also ich empfehle euch, auf jeden Fall mal vorher noch die Seite zu besuchen. Diese ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort werdet ihr nochmal genau die Syntax sehen, wie ihr das schreiben müsst, wie ihr beispielsweise auch direkt einen div-Container mit fünf Kind-Div-Containern erstellen könnt und so weiter. Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich cool. Und eins meiner absoluten Lieblings-Plugins und ich glaube vor allem mittlerweile für fast jeden Editor verfügbar. Also auf jeden Fall mal ausprobieren und weiter geht's. So, das nächste Plugin, was wir uns angucken, ist das Auto-Close-HTML-Plugin. Es hat nicht ganz so viele Downloads, aber ist sehr praktisch. Wenn ihr hier raufklickt, könnt ihr sagen, welche Sachen automatisch in derselben Zeile geschlossen werden sollen. Bei mir sind das zum Beispiel alles Inline-Elemente, die ich immer in der Seite schließe. Oder hier unten zum Beispiel, welche Elemente nicht automatisch geschlossen werden sollen. Das Ganze ist sehr praktisch, weil wenn ich jetzt beispielsweise eingebe, einfach nur, ich habe hier einen div-Container, macht den mir automatisch das N-Tag dazu und verrückt das Ganze in einer Zeile, weil ich mir das halt so wünsche. Ich kann das jetzt natürlich auch umstellen, dass das in einer Zeile sich schließt, aber in div-Containern, in 90 Prozent der Fällen, sage ich mal, kommt ja sowieso etwas hinein. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn es direkt eine Zeile runterrutscht. Und man kann das Ganze wunderbar nutzen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit ul und zack, das Ganze hat sich wunderbar angepasst und verrückt direkt in einer Zeile. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein li habe, geht das in derselben Zeile auf. Das gleiche gilt auch, wenn ich jetzt beispielsweise ein h1 habe oder wenn ich ein p mache, wird das Ganze direkt geschlossen. Es ist nur eine Kleinigkeit und es sparten nur ein paar Zeichen. Allerdings muss man das so sehen, ihr schreibt jede Menge Tags, das Ganze geht deutlich schneller. Man vergisst vor allem nicht, dass man einen Tag wieder schließen muss. Und ich kann es jedem empfehlen, dieses kleine Plugin einfach zu installieren und zu nutzen. Man muss es nur einmal kurz einstellen und danach funktioniert es absolut fehlerfrei. So, das nächste Plugin, was ich euch vorstellen möchte, ist Atom Beautify. Das hat ebenfalls 4,5 Millionen Downloads, ist damit auch eines der absolut beliebtesten Plugins, die man sich vorstellen kann. Und es macht einfach nur euren Code schön. Ihr habt, wenn ihr hier reinklickt, jede Menge Möglichkeiten. Ihr könnt hier beispielsweise einstellen, was bei bestimmten Programmier-Sprachen oder Styling-Sprachen passieren soll. Zum Beispiel bei HTML kann man sagen, okay, wenn ich einrücke, wie groß wird das, wenn ich einrücke. Diese ganzen Geschichten könnt ihr hier für euch beliebig einstellen. Und dieses Plugin stylt dann für euch den Text oder den Code, je nachdem, wie ihr das möchtet. Beispielsweise ein großes Problem ist, wenn ihr Code bekommt von jemandem, mit dem ihr vielleicht noch nicht so viel zusammengearbeitet habt. Oder ihr guckt euch ein Framework an und wollt das in euren Code einpflegen. Und dann sollte das natürlich alles zusammenpassen. Und ich zeige das jetzt einfach mal am Beispiel HTML. Wie gesagt, das funktioniert auch mit CSS, mit JavaScript, mit Java, mit C Sharp, mit allem Möglichen, was ihr in Atom programmieren könnt. Und beispielsweise sage ich jetzt einfach nur, ich erschaffe mir jetzt eine Liste. In dieser Liste habe ich verschiedene LI-Punkte. Das markiere ich mir jetzt mal, schreibe die hier so untereinander. Sag aber zum Beispiel, okay, diese Liste endet hier. Das ist so eingerückt. Das hier ist eingerückt. Das ist vielleicht drei draußen. Das endet direkt hier oben. Und das Ganze sieht nicht wirklich schön aus. Allerdings kann es durchaus passieren, dass ihr genau sowas bekommt. Und in den Plugin-Einstellungen seht ihr wahrscheinlich irgendwo ein Shortcode oder ähnliches. Und dann könnt ihr das Ganze einstellen. In meinem Fall ist es STRG-ALT. Also ich markiere alles, STRG-ALT-B. Und es macht alles wunderschön. Ihr könnt es am Plugin auch einstellen, dass sobald ihr abspeichert, es schön gemacht wird. Das können wir auch mal machen, indem ich jetzt speichere. Und er hat direkt in dem Moment, wo ich abgespeichert habe, alles so formatiert, wie ich es gerne habe. Wie ich es mir vorstelle. Und man kann auch bestimmt für, also man kann für bestimmte Tags zum Beispiel sagen, okay, das bricht immer in einer neuen Zeile aus, wie zum Beispiel ein UL-Tag oder ein H-Tag, also eine Überschrift, dass es direkt umbricht und so weiter. Ihr könnt das Ganze sehr customisen, genau für euch angeschnitten. Deswegen installiert es, spielt damit ein bisschen rum. Es macht die Arbeit leichter und vor allem deutlich, deutlich übersichtlicher. So, das letzte Plugin ist für jeden von euch, der im Team arbeitet, ob es in der Uni ist oder in der Agentur oder selbstständig mit Freunden oder was auch immer. Wenn ihr in Teams arbeitet oder selbst den Überblick behalten wollt, ist dieses To-Do-Show-Plugin echt super. Ich nutze es sehr gerne, vor allem, wenn man in Teams arbeitet. Und es macht im Prinzip nichts anderes, als bestimmte Kommentare zu highlighten, hervorzuheben und für andere sichtbar zu machen. Diese können zum Beispiel sein To-Do, FixMe, Bug oder was auch immer. Die stehen hier oben alle und man kann das Ganze dann wunderbar benutzen. Beispielsweise, man hat hier eine ziemlich lange JavaScript-Datei oder sowas. Dann kann ich einfach einen Kommentar erstellen, einfach zwei Slash-Striche im Prinzip und sage jetzt hier FixMe und sage, Hallo, hier ist ein Bug. So, ich habe jetzt im Prinzip einfach einen Kommentar geschrieben, kann das Ganze jetzt abspeichern und kann mit auf Windows mit Shift, Alt und T eine Konsole aufrufen. Die kommt dann hier an der Seite und hier steht dann im Prinzip direkt, hier ist FixMe, welche Datei es ist. Also es durchsucht im Prinzip meinen direkten Ordner. Ich bin jetzt gerade im Desktop, aber es würde hier im Prinzip meinen gesamten Projektfiles durchsuchen und hier würde dann direkt stehen, was für ein Kommentar da steht, was es für ein Type ist und was es für ein Pass ist. Also welche Datei betroffen ist und so kann man direkt sein ganzes Team mitteilen, okay, hier ist ein Bug oder irgendwas stimmt hier nicht oder man hat eine Frage. Das ist auch sehr häufig, also dass man hier Question macht, wenn irgendjemand was programmiert hat und man selbst weiß nicht genau, was er damit meinte. Sagt man Question und das poppt dann bei ihm auf, wenn er das nächste Mal synchronisiert und er kann dann im Prinzip einfach darauf antworten. Man vergisst so auf jeden Fall nichts mehr, vor allem, wenn man jetzt beispielsweise größere Programme schreibt und dann irgendwie eine Testvariable oder eine Ausgabe hatte für zum Beispiel die Konsole, die man dann später auskommentiert oder löscht. Dass man dann sagt, okay, hier ist es auskommentiert, das ist nur zum Bug testen, ansonsten später braucht man das nicht und dann kann man das notieren und wird das direkt hier auch notiert. Deswegen, dieses Plugin finde ich persönlich sehr, sehr praktisch. Es ist natürlich nur mit anderen Plugins kompatibel, also zum Beispiel andere Leute würden hier einen ganz normalen Kommentar sehen und nicht dieses wunderbare Fenster, was natürlich sehr schade ist in dem Fall. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, auf dem neuesten Stand bleiben wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Link zu Discord, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Und wenn ihr den Channel einfach etwas unterstützen möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu Amazon Affiliate, wo ihr einfach etwas kaufen könnt, um diesen Channel etwas zu supporten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bis bald, ciao! Bis bald, ciao!